Held! Otto, weiteres... Held! Otto, weiteres Schießen müssen natürlich Müller. Gerd Müller auf 1 zu 1. Das war ein Ausrutscher von Sturmberger. Kann man nichts machen. 1 zu 1. Das darfst mich keineswegs böse über diesen Treffer. Wenn ein Gerd Müller einmal zuschlägt aus so einer Position, dann ist es schwer ein Tor zu verhindern. Nach 16,5 Minuten steht es also 1 zu 1.